Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Ich habe heute vier verschiedene Rumsteaks aus vier verschiedenen Ländern und wir klären heute die Unterschiede zwischen diesen. Eventuell werden wir auch einen Sieger küren und wir gehen wie immer mehr als nur auf den Geschmack ein. Los geht's! Unsere vier Testobjekte heute könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich habe einmal das Chugichu, ich hoffe ich spreche es richtig aus, hier aus Portugal. Dann habe ich hier einmal US Black Angus Beef. Dann haben wir ein irisches Rumsteak und natürlich noch eins von der deutschen Simmentaler Ferse, um auch ein deutsches Produkt hier liegen zu haben. Alle vier haben ganz unterschiedliche Qualitätskriterien und tatsächlich wachsen auch die Rinder unterschiedlich auf. Wir werden deshalb für jedes Steak einmal besprechen, wie die Herkunft ist, wie die Haltungsbedingungen sind, was die Tiere zu fressen kriegen, was so darüber gesagt wird, wie so ein Steak angeblich schmecken soll. Und dann werden wir natürlich auch mal schauen, wie es tatsächlich schmeckt. Auch natürlich die Zubereitung werde ich euch noch mal kurz erklären. Aber treue Zuschauer dieses Kanals werden das schon wissen. Wenn nicht, verlinke ich euch mal hier fürs perfekte Steak eine schöne Anleitung. Und zum Schluss werden wir dann mal ein Fazit ziehen und natürlich auch über den Preis sprechen. Das Chugichu kommt von portugiesischen Kühen. Das sind alte Milchkühe. Da gibt es keine feste Rasse, sondern da geht es einfach um die Qualitätskriterien. Und wir haben jetzt hier von Don Carne die Qualitätsstufe Super Extra Premium. Das ist kein Scherz, das ist die offizielle Bezeichnung dafür. Und die Kühe leben dort auf den portugiesischen Weiden in weitläufiger Weidehaltung und bekommen als Futter ausschließlich Gras und Kräuter. Dieses Steak soll sich dadurch auszeichnen, dass es perfekt marmoriert ist, super zart ist, einen einzigartigen Geruch hat und sehr geschmacksintensiv ist. Will ich jetzt erstmal hier nur so nennen. Ihr seht ja schon, wie es marmoriert ist, aber zur Haptik, zum Geruch und zum Geschmack kommen wir später noch. Beim Rumsteak vom US Black Angus handelt es sich natürlich um die Rinderrasse Black Angus Rinder. Diese kommen ursprünglich nicht aus den USA, sind dort aber fester Bestandteil. In den USA leben diese Rinder circa acht Monate in Freilandhaltung und danach findet eine sogenannte Endmass statt mit Getreide- und Maisfütterung. Allerdings gibt es auch hier starke Unterschiede. US-Fleisch kann man häufig kritisieren, aber auch hier gibt es natürlich Betriebe, die sich an sehr hohe Standards halten. Und hier weiß ich, wenn ich bei Don Carne bestelle, wählen die Höfe aus, die da besonderen Wert drauf legen. Die Steaks vom US Black Angus sollen eine sehr starke Marmorierung haben, sollen sehr zart sein und vom Geschmack her sehr butterig, allerdings vom Rindfleischaroma nicht ganz so intensiv. Das irische Rumsteak kommt von irischen Weideochsen. Auch diese leben in Irland in Freilandhaltung und bekommen Gras und Kräuter zu fressen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Steaks haben die eine sehr feine Marmorierung, sollen aber auch sehr zart sein und sind aufgrund dieser feinen Marmorierung auch sehr mager, wenn man mal vom Fettdeckel absieht. Last but not least haben wir die deutsche Simmentaler Ferse. Das sind weibliche Jungtiere, die noch nicht gekalbt haben. Die werden in Deutschland, genauer gesagt in Bayern, in einer Offenstahlhaltung gehalten und bekommen Heu und Stroh als Futter, wie das hier in Deutschland üblich ist. Auch hier unterscheiden sich die Haltungsformen. Hier muss man also gucken, wo man dieses Steak einkauft, unter welcher Haltungsform. Die Simmentaler Ferse hat Bekanntheit erlangt, dadurch, dass sie sehr zart sein soll, vom Geschmack her sehr nussig und intensiv und einen besonders aromatischen Fettdeckel haben soll. So viel zur trocknen Theorie. Schauen wir uns die Steaks mal ein bisschen genauer an und schauen, ob die auch das halten, was sie versprechen. Wir haben hier beim Xiochu wirklich eine herausragende Marmorierung. Ich muss aber sagen, das, was hier liegt, ist kein Rumsteak. Das ist eher ein Ribeye. Warum? Rumsteak geht im Rücken des Rindes irgendwann in das Ribeye über und das Rumsteak ist charakteristisch durch diesen Fettdeckel, den wir hier bei den anderen Steaks, vor allem bei diesen Zweien hier besonders stark sehen. Diesen Fettdeckel haben wir hier jetzt weniger. Dafür haben wir hier klassisch dieses Fettauge. Das Ribeye heißt nicht Ribeye aufgrund des Fettauges, Ei für Auge, sondern aufgrund des Muskels. Der Muskel an sich ist das Ribeye. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man so ein Fettauge erkennen kann, dann spricht man bei diesem Muskel eher vom Ribeye und nicht mehr eben vom Rumsteak. Das ist dem Geschmack aber nicht abkömmlich. Ganz im Gegenteil, muss nur gucken, eventuell könnte das natürlich hier auch den Vergleich so ein bisschen beeinflussen. Ich werde das Ganze heute aber nicht alleine verköstigen, sondern ich werde das Ganze so bewerten, dass ich natürlich weiß, was ich probiere. Werde aber hier meine Gäste eine Blindverkostung machen lassen und somit können wir nachher auch eine sehr unabhängige Bewertung von diesen vier Sorten bekommen. Im Drucktest ist das Chiu-Chu relativ zart. Nicht ganz so zart und mürbe wie andere Stücke, die wir hier liegen haben. Ich würde mal sagen, es ist so mittelmäßig zart. Das kann was mit der Reifung zu tun haben, aber auch mit dem Fleisch an sich. Da werden wir gleich nachher beim Geschmackstest sehen, ob sich das geschmacklich und vom Mundgefühl auswirkt oder eben nicht. Manchmal bedeutet das was, manchmal aber eben auch nicht. Beim Black Angus muss ich sagen, ist die Marmorierung ebenfalls gut und wenn das Chiu-Chu nicht daneben liegen würde, hätte das Black Angus hier gewonnen. Allerdings ist das Chiu-Chu von der Marmorierung her einfach nochmal ein paar Level drüber, muss man einfach so sagen. Ist allerdings auch Geschmackssache, ob man es überhaupt so stark marmoriert haben möchte. Und wir haben hier wie gesagt eher ein Ribeye liegen. Das ist grundsätzlich nochmal stärker marmoriert, in der Regel stärker marmoriert, als das Rumsteak an sich. Hier erkennen wir jetzt auch diesen wunderschönen charakteristischen Fettdeckel, den manche mögen, manche nicht. Man kann ihn aber wunderbar einfach abtrennen, wenn man ihn nicht haben möchte. Im Drucktest ist das US Black Angus sehr zart. Es ist sehr mürbe, auch wenn ich es eben in der Hand gehalten habe, es mal so über den Finger gelegt habe. Es ist wirklich extrem weich. Davon verspreche ich mir nachher auf dem Grill schon sehr viel. Das kann letztendlich nur zart werden. Wir schauen aber mal, wie das im Vergleich mit den anderen eben so ist. Das irische Rumsteak ist von der Marmorierung von diesen ausgewählten Stücken jetzt hier Platz drei, nicht Platz vier, obwohl es ja eben sehr mager sein soll. Aber hier jetzt die deutsche Simmentaler Ferse ist in diesem Fall noch ein bisschen magerer. Ich kann euch aber aus der Erfahrung heraus sagen, dass die deutsche Simmentaler Ferse auch deutlich marmorierter sein kann. Das ist immer von Stück zu Stück, von Rind zu Rind sehr unterschiedlich. Also da kann man jetzt keine Aussage darüber treffen. Man kann auch nicht unbedingt sagen, dass jetzt die deutsche Simmentaler Ferse, wenn sie so marmoriert ist, deutlich schlechter schmeckt, als wenn sie stärker marmoriert ist. Das schmecken die meisten Gäste nachher überhaupt nicht raus, wenn das Fleisch vom Grill kommt. Beim Drucktest ist das irische Rumsteak ja doch eher fest von der Struktur her. Es wirkt so, als wenn der Reifegrad nicht so weit fortgeschritten wäre wie bei den anderen. Oder das ist von Natur aus bei dieser Kategorie an Fleisch so. Das weiß ich nicht. Das werden wir gleich auf dem Grill mal testen. Vielleicht schlägt es sich aber eben dann auch doch besser in diesem Punkt nachher noch, als wir jetzt vorher erwarten könnten. Die Simmentaler Ferse ist von den vier Steaks hier wie gesagt das, was am wenigsten marmoriert ist. Das soll jetzt aber erstmal nichts sagen über den Geschmack nachher, denn dieses Fleisch ist tatsächlich auch sehr zart. Beim Drucktest hat es voll überzeugt und ich würde sagen, es ist noch ein Ticken zarter als das US Black Angus. Ich muss aber auch sagen, ich habe hier ein Stück, das ist nicht ganz so optimal zugeschnitten, das passiert leider. Da auch so ein kleiner Nachteil vom Online kaufen von Fleisch. Tatsächlich ist es so, wenn ich Fleisch online kaufe, kann ich mir die Stücke vorher nicht aussuchen. Ich bekomme das, was mir der Online-Fleischlieferant zuschickt und deswegen finde ich es da noch umso wichtiger auszusuchen, wo man einkauft. Denn es gibt eben Läden, die haben besondere Qualitätsauswahlkriterien und es gibt Läden, die haben die nicht. So einen Zuschnitt, den kann ich eben überall kriegen. Da bin ich niemals vorgewahrt und das ist an sich nachher auch nicht schlimm. Ihr werdet sehen, wir werden das wunderbar hinbekommen und wir werden auch den Gargrad in vielen Bereichen dieses Steaks optimal treffen können. Aufgrund dessen, dass die deutsche Simmentaler Ferse so zart ist, bin ich doch sehr überzeugt davon, dass das nachher ein gutes Ergebnis gibt. Und natürlich bin ich deshalb auch so ein bisschen voreingenommen. Ich habe natürlich schon ein paar Steaks verkostet. Ich kenne so ein paar Rinderrassen und Geschmäcker von Steaks und weiß so ein paar Kriterien. Das bedeutet, ich kann das relativ gut einordnen, bedeutet aber auch, ich bin voreingenommen und deswegen eben auch nochmal der Blindtest von unabhängigen Leuten. Alle vier Steaks werden wir jetzt rückwärts garen. Das bedeutet, bei sehr niedriger Temperatur auf Kerntemperatur ziehen lassen bzw. ein Ticken drunter. Diese Methode funktioniert letztendlich nur mit einem Kernthermometer und ich habe jetzt heute mehrere Stücke Fleisch. Und wenn man sich mal was gönnt und vielleicht auch Gäste eingeladen hat, dann hat man immer das Problem, dass man mehrere Steaks hat. Und deswegen empfehle ich immer wieder in meinen Videos, habt genügend Kernthermometer. Im Idealfall welche mit mindestens zwei oder vier Sonden. Ich nutze dafür die von ThermoPro. Die haben nämlich exakt diese Anzahl an Kernthermometern. Einmal mit zwei, einmal mit vier. Und selbst davon kann man eigentlich nicht zu viele haben. Mehr als vier Messern an einem Thermometer würde ich euch nicht empfehlen. Hier das von ThermoPro hat als nützliche Hilfen dann eben auch nochmal eine Farbgebung dabei, so dass ich nachher weiß, welche Temperatur nachher auch bei welchem Steak gemessen wurde und ich nachher nicht irgendwie das Kabel nachverfolgen muss, wo das jetzt drin steckt, um nachher nachvollziehen zu können, welche Temperatur welches Steak hat. Denn häufig hat man auch generell das Problem, dass die Stücke nicht alle exakt gleich dick sind und vor allem liegen die auch nicht alle exakt an derselben Stelle. Ich habe jetzt die, die etwas dicker sind, nach außen gelegt und auch mit der Fettseite, also mit dem Fettdeckel nach außen gelegt, damit das Fleisch so ein bisschen abgeschirmt wird von der Hitze, die dort kommt. Die werden allerdings trotzdem eher schneller fertig sein, als die, die in der Mitte liegen. Habe ich jetzt also nur einen Kernthermometer und gucke immer mal nur bei einem Steak nach, habe ich trotzdem unterschiedliche und gar gerade nachher in meinem Steak, selbst wenn die gleich dick wären und auch die gleiche Ausgangstemperatur gehabt hätten, was diese hier jetzt auch haben. Wir werden unsere Steaks jetzt verkabeln und dann werden wir die so zwei, drei Grad unter Zieltemperatur garen. Das bedeutet noch nicht, wenn ihr die bei 57 Grad haben wollt, die jetzt auf 57 Grad ziehen lassen, sondern die dann so auf 54 bis 55 Grad ziehen lassen und dann nochmal richtig schön scharf angrillen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie hoch die Temperatur beim Angrillen ist. Nutzt ihr eine Prime Zone, dann lasst es so zwei Grad unter Zieltemperatur ziehen, nutzt ihr die normale Grillfläche, dann lasst es so drei bis vier Grad unter die Zieltemperatur ziehen. Aber dann müsst ihr auch so ein bisschen Gefühl bekommen, je nach Dicke des Steaks, je nach Grill und so weiter, kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Aber mit zwei bis vier Grad trifft man in der Regel dann so um ein Grad genau dann auch die Kerntemperatur, die man haben will und das merkt man dann nachher auch nicht mehr wirklich, ob es ein Grad mehr oder weniger ist. Nach diesem wunderbaren Abendessen kommen wir jetzt einmal zum Fazit. Meine drei Gäste heute Abend sind alle keine Fleischsommeliers, ich bin auch kein Fleischsommelier und die wussten auch überhaupt nicht, worum es heute geht. Tatsächlich hätten die auch denken können, das sind vielleicht viermal die gleichen Stücke, weil nach der Zubereitung sind diese optischen Unterschiede auch nicht mehr so gut zu erkennen. Beim Anschnitt habe ich persönlich schon ein bisschen gemerkt, welches Steak vielleicht ein bisschen saftiger ist als das andere, welches ein bisschen zarter ist, welches sich ein bisschen buttriger schneiden lässt als das andere. Dadurch bin ich natürlich ein bisschen beeinflusst gewesen, aber hier meine Leute nicht. Und jeder hat wirklich massive Unterschiede nachher rausgeschmeckt beziehungsweise nachher vom Essverhalten bemerkt und hatte auch so seine Favoriten. Und dabei waren vor allem so zwei in der Favoritenrolle und zwei eher so weniger von wenigeren Leuten in der Favoritenrolle. Was aber nicht unbedingt heißt, dass die schlechter sind. Ich würde sagen, diese Steaks haben tatsächlich ganz unterschiedliche Zielgruppen. Arbeiten wir jetzt aber einfach mal strukturiert die einzelnen Kriterien ab. In puncto Zartheit und Biss hat eigentlich ganz klar das Black Angus gewonnen. Das war wirklich am zartesten, allerdings dicht gefolgt von der Simmentaler Ferse. Die war mit am zartesten und manche haben auch gesagt, das wäre so deren Favorit und sie würden sie noch ein bisschen zarter finden. Wobei das Black Angus schon gewonnen hat, was so die Zartheit angeht. Auf Platz drei kommt dann das Xiochu und auf Platz vier dann mit etwas Abstand das irische. In puncto Saftigkeit ist die Reihenfolge die gleiche. Auch das Black Angus hier gewinnt, allerdings auch wieder dicht gefolgt von der Simmentaler Ferse. Beim Anschnitt hatte ich sogar gedacht, Simmentaler Ferse könnte ein bisschen saftiger sein, aber das kann auch dem geschuldet sein, dass sie ein paar Sekunden weniger geruht hatte. Deswegen, das Black Angus war tatsächlich auch das saftigste. Zusammen damit, dass es natürlich dann auch so zart war, war es einfach für viele auch schon der Sieger, weil viele mögen eben ein zartes, saftiges Stück Fleisch. Ich auch. Aber wir kommen gleich zu einer kleinen Einschränkung beim Black Angus. Das Simmentaler an sich eben, wie gesagt, dicht gefolgt. Danach das Xiochu und danach wieder, auch da wieder mit ein bisschen Abstand, das irische. Bei der Geschmacksintensität sieht das Ganze jetzt ein bisschen unterschiedlich aus. Also so vom Rindfleischgeschmack haben wir tatsächlich auch sehr ähnliche Meinungen gehabt. Das heißt, das hat sich sehr gut überschnitten. Und zwar haben wir da gesagt, auf jeden Fall gewinnt ganz klar und zwar mit Abstand die Simmentaler Ferse. Die hatte den intensivsten, vollmundigsten und schönsten Rindfleischgeschmack von diesen vier Stücken, die wir jetzt hier liegen hatten. Also da kann sich Deutschland ein bisschen was auf die Fahne schreiben. Danach kommt tatsächlich das Xiochu. Das war zwar nicht so zart und nicht so saftig wie jetzt zum Beispiel das Angus, hat aber deutlich mehr Geschmack transportieren können. Vor allem auch eine kleine besondere Note, auf die wir gleich nochmal kommen. Vermutlich geschuldet aufgrund dieser hohen Fettstruktur, die wir bei den anderen Stücken nicht so stark hatten. Aber trotzdem war es ein sehr angenehmer Geschmack. Im Anschluss daran folgt das Angus und jetzt auch hier wieder mit Abstand das irische Rumsteak. Besondere Noten, die im Geschmack so aufgefallen sind, das ist vor allem bei der Simmentaler Ferse eben dieses vollmundige, das nussige, das richtig typische Rindfleischaroma, was wirklich kräftig und gut da war. Wer das mag, das ist auf jeden Fall nicht mehr nur ein Geheimtipp, es ist auf jeden Fall ein Tipp. Beim Xiochu kam vor allem so ein buttriger Geschmack raus. Ähnlich wie beim Black Angus, da war der Geschmack an sich nicht so intensiv, aber man konnte auch von so einer buttrigen Note auf jeden Fall sprechen. Beim irischen Rind war der Geschmack jetzt im Vergleich zu den anderen eher neutral und sehr schwach. In all diesen Punkten hat das irische Rind jetzt quasi am schlechtesten abgeschnitten. Und trotzdem gibt es Personen, denen würde ich dieses irische Rind empfehlen noch vor allen anderen Stücken. Und zwar ist die Besonderheit und der große Vorteil, die große Stärke des irischen Rumsteaks oder des irischen Weiderindes generell. Wenn ihr jemand seid, die ein sehr mageres Stück haben wollen, die ein Steak haben wollen, was quasi einem Filet nahe kommt, dann kommt dieses Rumsteak einem Filet wirklich sehr, sehr nahe. Beim Filet haben wir auch die Eigenschaft, dass das Filet nicht einen besonders starken Rindfleischgeschmack hat. Beim Filet haben wir ein sehr mageres Stück Fleisch und all das trifft auch aufs Rumsteak zu. Nur ist es nicht ganz so zart wie ein Filet und vom Geschmack trotzdem noch ein Ticken kerniger als ein Filet. Wir hatten ja jetzt auch hier starke Konkurrenz für dieses irische Rind. Für mich persönlich wird es nicht das irische. Aber wer das eben mag, nach diesen genannten Kriterien, für den ist das irische Weiderind auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Zum Gesamtsieg hat es tatsächlich für zwei Steaks gereicht. Und zwar auf dem selben Platz Simmentaler und Black Angus. Das Black Angus hat gepunktes durch diese Zartheit, durch die Saftigkeit und das Simmentaler auch durch Zartheit und Saftigkeit, aber eben nur ein Ticken weniger als beim Black Angus. Dafür aber mit einem sehr vollmundigen Geschmack. Beim Black Angus dafür ein bisschen buttrigere Note, also ein bisschen mehr Fettmarmorierung. Und das hat man auch ein bisschen rausgeschmeckt. Also da muss jeder so für sich entscheiden, was er lieber mag. Eine weitere Reihenfolge fällt jetzt schwer festzulegen, weil wie gesagt die Zielgruppen fürs Xiu-Ciu oder eben auch für das irische Weiderind sehr unterschiedlich sind. Ihr könnt jetzt nach diesem Video euch eure Meinung bilden und vielleicht sowas auch einfach mal selber verköstigen. Ihr könnt euch so ein Fleischpaket bestellen. Zum Beispiel bei Donkane gibt es eben dieses Fleischpaket, dass ihr vier verschiedene Rumsteaks euch mal kauft, die verkostet und dann einfach mal in der Familie oder mit Freunden an einem Grillabend schaut. Was schmeckt denn wem so am besten? Und was sollte man sich vielleicht in Zukunft häufiger holen? Was ist es wert, dafür das Geld auszugeben? Was wäre das vielleicht nicht wert? In diesem Sinne schreibt mir gerne eure Meinungen, eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wenn ihr weitere Video-Wünsche habt, schreibt mir das bitte auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr einfach nur den Kanal unterstützen wollt, auch dann gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.